Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Wochenausblick. Ja, diese Woche war es sehr, 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 sehr ruhig in den US-amerikanischen Börsen und auch natürlich beim DXY. Ihr seht es hier, es hat sich wirklich kaum was geändert. Es gab keine Short-Position diese Woche, die wir eingegangen sind, keine Long-Position. Nichts ist im Endeffekt passiert, deswegen wird dieser Wochenausblick heute wahrscheinlich ein bisschen kürzer werden. Wir werden nochmal so das Wichtigste besprechen, was steht auch news-technisch nächste Woche an. Weil diese Woche war es einfach durch Thanksgiving, durch auch natürlich den Black Friday, wo glaube ich auch nur ein halber Handelstag war, sehr, sehr wenig los. Bevor wir hier durchstarten, trotzdem lasst dem Video schon mal gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signal-Gruppe reinschauen, wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr das Ganze auch nachtraden wollt, also es heißt Stocks, Forex, Krypto etc. pp., meldet euch gerne bei meiner Partnerbörse BingX ab. Dort kriegt ihr auf jeden Fall dauerhaft nochmal 10% Rabatt auf die Gebühren. So, jetzt aber rein in die Analyse. Ich würde sagen, wir starten durch. Der DXY. Das war unsere Analyse letzte Woche, wo wir darüber gesprochen haben, okay, minimal nochmal vielleicht runter in diese Zone. Die haben wir abgeholt, aber ganz ehrlich, so richtiger Impuls nach oben hin kam da noch nicht. Ich gehe aber weiterhin davon aus, dass wir eben hier nochmal in diesem Preisbereich hier unten, möglicherweise sogar bis ins Golden Pocket, das war ja letzte Woche auch so unser bearischster Fall möglicherweise, dass wir hier nochmal runterkommen und von hier aus aber dann auch eine Erholung starten. Also daran hat sich ehrlich gesagt nichts geändert an dieser Analyse. Das 0,5er, wie gesagt, hat jetzt hier nicht mehr wirklich gehalten am Freitag. Wir sind das erste Mal drunter gefallen. Das heißt, die Chance, dass wir hier in Richtung Golden Pocket, Richtung Montag, Dienstag, Mittwoch, da möglicherweise reingehen, ist sehr, sehr hoch. RSI deutlich nach unten hingegangen. Wir gehen mal ganz kurz in den 4-Stunden-Timeframe. Wie sieht es dort aus? Also auch hier besteht eher die Möglichkeit, nachdem wir hier, glaube ich, nicht einmal diesen Orderblock hier oben angelaufen haben, richtig? Also nicht mal der Orderblock wurde angelaufen, ist die Chance höher, dass wir zumindest nochmal ein tieferes Tief hier kriegen bei 103,174 und maximal hier runter in Richtung Golden Pocket gehen. Sollten wir hier möglicherweise in der Position eingehen, vom Risk her würde es sogar sehr, sehr viel Sinn machen, sollten wir hier am letzten Tief reingehen, dass wir dann sagen, okay, wir haben hier ungefähr 1% Risk. Dieses Erholungspotenzial hier beim DXY mit einer bullischen Fortsetzung wäre dann hier oben bei knapp 105. Das heißt, wir hätten hier so 1 zu 2, ist es nicht das Musterbeispiel, aber Möglichkeit, um hier auf jeden Fall Gewinne mitzunehmen, wäre auf jeden Fall gegeben. Gehen wir gleich mal rüber zum Euro gegenüber dem US-Dollar. Wie sieht es dort aus? Das hier, ah, doch, eine Position, muss ich sagen, ist abgeholt worden, wo wir drüber gesprochen haben, hier ins Golden Pocket. Euro gegenüber US-Dollar muss man aber auch fairerweise sagen, wenn das Ding am Montag scheiße läuft, sind wir hier auch wieder ausgestoppt. Den ersten Take Profit hier bereits genommen, Golden Pocket perfekt abgeholt. Ich bleibe aber hier erst einmal dabei, dass es die Möglichkeit bestünde, dass wir hier möglicherweise, und das würde jetzt wieder zum DXY passen, wo wir gerade eben drüber gesprochen haben, tieferes Tief nochmal beim DXY und dafür eben beim Euro gegenüber dem US-Dollar nochmal ein kleines höheres Hoch, vielleicht hier in Richtung 0,065er Fibonacci Retracement Level und von hier aus dann eben diesen Short Impuls. Und das würde dann, wenn wir jetzt wieder so rüber gehen zum DXY, zu dieser Gegenbewegung dann nach oben hin passen. Also das ist weiterhin, hier läuft die Short Position, da könntet ihr wahrscheinlich auch immer noch reingehen, weil an sich vom Potenzial hier hat sich sehr, sehr wenig getan. Der Setup weiterhin auf jeden Fall im Bereich der Gültigkeit. So, mehr gibt es bei Forex derzeit nicht zu sagen, deswegen würde ich sagen, wir gehen direkt rein zu den traditionellen Märkten, das heißt zum Nasdaq. Auch hier seht ihr, das war das Setup, wo wir letzte Woche drüber gesprochen haben. Der Nasdaq hat sich noch etwas nach oben hin orientiert, deswegen gab es auch kein Setup. Unser Setup hier bleibt aber derzeit noch ein bisschen so am Laufen. Also ich bin hier bewusst am Freitag nicht mehr rein, nach so einem großen Feiertag, vor allem nach dieser wenig Bewegung, die wir letzte Woche hatten und diesen wenigen News, wollte ich hier jetzt nicht übers Wochenende, wer weiß, was am Wochenende wieder für News kommen, wollte ich hier nicht mehr reingehen, wir beobachten die ganze Sache. Ich gehe aber weiterhin davon aus, dass wir hier noch einmal zumindest den letzten Rücksetzer kriegen, eben in Richtung 0,05er oder Richtung Golden Pocket, also diese Areas hier unten, bevor wir dann möglicherweise dann nächstes Jahr eine enorme Rallye dann nach oben hinkriegen und vielleicht auch mit sinkenden Zinsen, auch wenn viele sagen, okay, das ist ein Zeichen zu wirtschaftlicher Schwäche, dass wir dann dadurch eine enorme Rallye dann im nächsten Jahr eben sehen. Aber wie gesagt, short-technisch, wenn wir uns mal einen Daily Chart angucken, wir sind nicht mehr weit von unserem All-Time-High hier drüben im Pferd, also natürlich ist es noch, wenn wir das mal angucken, hier knapp 4%, das ist aber nichts, was sich der Kurs nicht noch holen könnte. Wir haben hier noch diese kleine Ineffizienz hier drüben, die geht bis ungefähr 16.300 Punkte, da müsste auf jeden Fall der Stop-Loss drüber sein, aber das ist auch so momentan eben die Area, wo ich sagen würde, okay, hier können wir möglicherweise nochmal im Laufe der Woche auf jeden Fall eine Short-Position probieren. Also auch hier hat sich im Gegensatz zu letzter Woche nichts geändert, die Kurse sind minimal nochmal angestiegen, aber eine wirkliche signifikante Trendwende ist hier noch nicht der Fall. Bearish natürlich, wenn wir mal so in den 1-Stunden-Time-Frame reingucken, sehen wir natürlich Bearish Divergence überall, also überall höhere Hochs, RSI tiefere Hochs, also gefällt mir überhaupt nicht, ist eigentlich perfekt zum Shorten. Jetzt warten wir mal, wie der Montag abläuft und dann gegebenenfalls eben hier dieses Hoch noch einmal Shorten und dann eben die Gegenbewegung nach unten hin mitnehmen. Gehen wir rüber zum S&P 500, wie sieht es dort aus? Gleiches Spiel auf 1-Stunden-Basis, seht ihr hier Bearish Divergence, also da ist überall alles gleich, wir hatten einen leichten Aufwärtstrend diese ganze Woche weiterhin herab. Das Setup hier oben seht ihr auch, das ist immer noch das von letzter Woche, also auch daran hat sich wenig geändert, derzeit hier müssen wir weiterhin abwarten, für mich aber trotzdem, dieser Weg hier bleibt erst einmal stehen. Ich bin kein Fan momentan von diesen überhypten Märkten, wir sind absolut in einem Bearish-Segment auch hier, wenn wir uns das mal angucken, Märkte absolut überhitzt, letzte Woche gut, war halt ein bisschen ruhiger, hat aber jetzt überhaupt nichts an der Gesamtsituation geändert, Zahlen eigentlich katastrophal, Inflation wieder ansteigen, wir haben schwachen Arbeitsmarkten und sowas, aber momentan verdienen die Leute anscheinend einfach viel mehr Geld, wenn sie die ganze Short liquidieren, anstatt hier eben mal so ein kleines Drawdown nach unten hin zu machen. Das heißt, auch hier momentan keine Position drin, wir warten hier jetzt nochmal ab, das Setup, was wir hier stehen haben mit 2% ist immer noch in meinem Kopf, beziehungsweise ihr seht das ja hier drin, das bleibt auch erst einmal noch, aber wie gesagt, da müssen wir jetzt erstmal so die nächsten Tage, jetzt vielleicht Montag, Dienstag abwarten und dann schauen wir mal weiter, auch zwecks den News, die halt eben da noch kommen. Gehen wir rüber zum Dow Jones und hier seht ihr auch schon, gleiches Spiel, Bearish Divergence, ich habe es gestern in der Telegram-Gruppe, glaube ich mal, ganz kurz angesprochen, irgendwo habe ich es dann, glaube ich, gepostet, ja genau hier mit den ganzen Märkten, dass ich es am liebsten mit 100x runterschorten würde, aber gut, wie gesagt, Volumen geht runter, Bearish Divergence, 1-Stunden-Timeframe, 4-Stunden-Timeframe, überall das gleiche Spiel, ihr seht auch hier das Setup, derzeit, wo ich hier davon ausgehe mit 1,5%, All-Time-High sind wir natürlich noch etwas mehr entfernt, als wie beim NDX, aber auch hier sind es nur noch knapp 4,5%. Moves, die der Markt natürlich machen kann, momentan, wie gesagt, bin ich hier aber wirklich noch skeptisch, ob wir dieses Jahr wirklich nochmal dieses All-Time-High hier eben sehen, ansonsten, wie gesagt, wir sind in einem Widerstandsbereich, hier oben sind noch einige Hochs, aber das Volumentechnische befand sich jetzt eigentlich hier in diesem Zeitraum drin, aber gut, wir warten ab, Short ist auf jeden Fall weiterhin immer im Kopf und jetzt kommen wir mal zu den News und das ist eben das Entscheidende, was nächste Woche so ein bisschen ansteht. Ihr seht, Montag nichts wirklich Wichtiges, Dienstag haben wir auch nicht wirklich was Wichtiges, das heißt, Montag, Dienstag haben die Märkte eben noch die Chance, nochmal ein bisschen höher einfach zu traden, nochmal ein bisschen ihre höheren Hochs auszubauen und dann gehen wir schon in den Mittwoch. Wir haben natürlich Verbrauchervertrauen, Inflationserwartungen, blablabla, das ist EU, das juckt uns jetzt ehrlich gesagt erstmal ein bisschen weniger, Verbraucherpreisindexe in Deutschland um 14 Uhr, das könnte dann für den DAX nochmal interessant werden, also da auch gleich mal was draufwerfen. Bruttoinlandsprodukt, was ja letzten Monat absolut komplett geisteskrank nach oben hingeschossen ist, wo keiner mit solchen hohen erwartet hat, also da müssen wir auf jeden Fall mal einen Blick draufwerfen, Einzelhandelsbestände, Gewinne der Unternehmen, also da kommen schon einige Zahlen dann auf uns zu. Am Donnerstag VPI-Daten aus der EU, also auch da viel PCA-Preisindex, was dann auch noch am Donnerstag auf uns zukommt, also da kommt schon eine Menge nächste Woche, auf das wir auf jeden Fall dann achten müssten, das heißt Montag, Dienstag relativ ruhig und dann ab Donnerstag oder ab Mittwoch sollte dann natürlich deutlich, deutlich mehr Bewegung reinkommen. Natürlich dann noch Erstanträge, Folgeanträge, Arbeitslosenhilfe und am Freitag ist es dann bis auf den Einkaufsmanagerindex wieder etwas ruhiger, aber genau auf das warte ich eben am Mittwoch, dass wir jetzt eben die nächsten Tage, Montag, Dienstag möglicherweise hier noch ein bisschen, Cyber Monday, vielleicht kommt da noch ein bisschen mehr Stimmung auf, noch ein bisschen hoch traden und dann eben diesen Abverkauf sehen. Die Ziellevel sind alle die gleichen, die wir letzte Woche besprochen haben, aber wie gesagt, ich werde euch da auf jeden Fall nochmal Bescheid geben, im Laufe der Woche dann eben hier in der Telegram-Signalgruppe, aber auch in der Talk-Gruppe sollte ich in irgendwelche Trades nochmal reingehen im Laufe der Woche, wenn dann werde ich wahrscheinlich dann alle drei auf einmal shorten und dann warten wir erstmal ab. Aber wie gesagt, Montag, Dienstag relativ ruhig, Mittwoch, Donnerstag, das sind die wichtigen Tage, auf die es nächste Woche auf jeden Fall ankommen wird. Gehen wir rüber zum DAX, hier läuft weiterhin die Long-Position, also hier hat sich an der Gesamtsituation eigentlich nichts geändert. Wir sind weiterhin Long, Profite genommen, drei Take-Profits. Ihr seht hier oben dieses Setup, das hatten wir vor, ich glaube, drei Monaten schon einmal, wo ich hier drüber über einen Short nachgedacht habe, wo der Kurs sich aber dann nie das abgeholt hat. Auch hier, das Potenzial ist einfach noch da, dass wir zumindest noch hier hochkommen in diese Zone und dann werden wir auch hier, dadurch, dass wir eben diesen Long noch offen haben, auf jeden Fall eine Short-Position eingehen und vom Ziellevel, wenn wir uns das mal ganz kurz angucken, wäre dann hier ungefähr das Golden Pocket, beziehungsweise das 0,5 war hier bei 15.390 Punkten auf jeden Fall drin. Aber Short ist für mich angedacht, so zwischen 16.100 und 16.200 Punkte, einfach um hier oben dieses kleine Gap noch zu shorten und dann auf jeden Fall ein Stop-Loss übers All-Time-High, weil ich gehe nicht davon aus, dass der DAX vorher sein All-Time-High kriegt, bevor die US-amerikanischen Börsen den All-Time-High machen und wenn dann noch die Zahlen eben dazu passen, die wir nächste Woche kriegen, möglicherweise auch negative VPI-Zahlen, die dann in Deutschland eben kommen am Mittwoch und natürlich auch in der EU, dass dann die Kurse etwas nach unten hin sacken. So, gehen wir rüber zu Gold. Wie sieht es dort aus? Hier, ja, was soll ich sagen, absolut beschissen. Also, was heißt absolut beschissen? Also, einerseits, wir haben hier schon vier Take-Profits erreicht. Zweite war, wir haben hier unten nicht verdoppelt, weil ich gehofft habe, dass wir hier nochmal Richtung 1911 gehen. Ist nicht so gekommen. Jetzt haben wir hier momentan zumindest mal so die kleine Andeutung von einem möglichen Doppeltop, was uns dann möglicherweise dazu führen könnte, dass wir eben hier doch nochmal unsere Kurse sehen. Auf Daily-Sicht gefällt mir das auch eigentlich sehr, sehr gut. Wir haben die Liquidität hier über diesen Hochs nochmal abgegrast, tiefer geschlossen. Also, momentan sieht es eher danach aus, als ob sich die Kurse doch jetzt mit so einem kleinen Doppeltop dann doch nochmal ein bisschen nach unten hin orientieren. Wir haben Entspannung im Nahen Osten, ich glaube, vier Tage Waffenruhe, Gefangenenaustausch oder Geiselaustausch. Also, es könnte schon gut möglich sein, dass Gold jetzt hier erstmal das Top erreicht hat und wir dann hier möglicherweise erst einmal ein bisschen nach unten hingehen. Aber dafür möchte ich auch jetzt erstmal Montag noch zumindest abwarten, ob sich da noch irgendwas übers Wochenende tut, weil sollte sich da irgendwas tun und wir shorten dann gleich am Montag, dann ist es keine gute Idee. Aber ich gehe auch hier, dadurch, dass wir eben diese Position noch offen haben, können wir ganz easy sagen, okay, wir versuchen hier einen Short mit einem Stop Loss. Da können wir mal ganz kurz gucken. Wir haben hier drüben eine kleine Supply Zone. Also, in diesem Bereich hier haben wir die Supply Zone. Hier oben haben wir auch noch ein signifikantes Hoch, dass wir sagen, okay, wir machen auf jeden Fall nochmal einen Short hier auf in diesem Preisbereich ab 2010 US-Dollar und dann mit einem Stop Loss hier oben bei 2044. Da oben würde ich dann einfach den fünften Take Profit reinmachen und dann, wie gesagt, die Position Short einfach nur noch halb so groß. Aber auch hier werde ich euch auf jeden Fall in der Telegram-Signalgruppe dann nochmal auf den Laufenden halten, weil momentan jetzt irgendwas jetzt schon zu sagen für Montag oder Dienstag ist mir dann ehrlich gesagt ein bisschen zu riskant. Vor allem, weil letzte Woche einfach viel, viel zu wenig Bewegung war. Aber wie gesagt, hier für mich top erstmal mal reicht und dann erstmal ein bisschen kleine Trendwende nach unten hin. Wäre zumindest längerfristig das bullischste Szenario. So, und jetzt gehen wir rüber zu Krypto. Ja, sind wir doch schon bei zwölfeinhalb Minuten, aber trotzdem passt Krypto weiterhin absolut im Aufwärtstrend. Also wir sehen es hier, Abtrend voll in Gange. Wir haben gestern nochmal ein höheres Hoch gekriegt bei 38.200 oder 38.300 US-Dollar zwischenzeitlich, Volumen weiterhin rückläufig. Also auch hier, wir sind in einem Aufwärtstrend. Ich gehe weiterhin primär eigentlich davon aus, dass wir zumindest nochmal die 40.000 US-Dollar-Marke sehen. Problematisch ist einfach nur, ihr seht hier diese Linie hier oben, sie wird schon sehr, sehr stark respektiert und wir kriegen kein höheres Hoch auf Schlussbasis. Das ist hier das Bearish, das seht ihr hier ganz gut. Wig drüber, kein Close drüber, nicht wirklich Bullish. Also da müssen wir erstmal ein bisschen aufpassen, aber ansonsten sehe ich weiterhin erstmal so zwischen 40.000 und 42.000 primär, bevor wir dann möglicherweise den ersten Abverkauf in Richtung 34.000 oder 33.000 kriegen und dann final Richtung 48.000 bis 50.000 US-Dollar. Kurzfristig, wie gesagt, hatten wir gestern hier dieses höhere Hoch. Ich bin in keiner Position drin. Wir hatten ja gestern darüber gesprochen, dass wir Long-Position starten würden, sollten wir hier nochmal ans 0,5er kommen. Das war der Weg gestern. Ist nicht mehr abgeholt worden. Deswegen bin ich jetzt auch hier momentan in keiner Position. Short hätte ich nur gemacht, wenn die Long-Position offen ist, weil dafür ist mir das ganze Marktsentiment momentan einfach im ganzen Cryptospace jetzt einfach momentan zu Bullish. Wir stehen kurz vor einer ETF-Zulassung. Binance ist abgesägt. Da steht jetzt einer vom WEF vorne dran. Und einfach dieses ganze Konstrukt, was hier momentan abläuft, mehr Regulierung, ein bisschen sicherer Krypto und sowas. Deswegen fließt hier auch mehr Geld rein. Aber wie gesagt, Short, Nein, Long warte ich jetzt erstmal ab. Nächste Chance sollten wir hier möglicherweise dieses Golden Pocket oder das 0,5er respektieren. Werden wir hier wieder bei 37.000 bzw. bei 36.700 US-Dollar. Das sind die nächsten Chancen, die uns möglicherweise bleiben, um dann nächste Woche hier gegebenenfalls einen ordentlichen Pump nochmal zu sehen. Rechne ich aber auch eher möglicherweise Richtung Montag, Dienstag. Sollte sich nämlich dann die Konjunktur abschwächen, was wir mit dem Bruttoinlandsprodukt und mit den anderen PCI-Daten etc. pp. haben nächste Woche, muss man hier natürlich auch etwas vorsichtiger sein. So, und jetzt seid ihr dran. Schreibt gerne mal unten in die Kommentare rein, was ihr von der nächsten Woche haltet. Bullish, bearish, ist mir alles Dreckscheißegal. Dreckscheißegal, schreibt einfach unten in die Kommentare rein. Und ansonsten war es das natürlich von meiner Seite. Ich bedanke mich auf jeden Fall wieder fürs Zuschauen. Wie gesagt, schreibt eure Meinung unten rein. Kommt natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe rein. Würde ich mich drüber freuen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Samstag, einen schönen Start in das Wochenende. Lasst es euch gut gehen. Vielleicht schneid es bei euch ein bisschen, bei uns bisher noch nicht. Und ja, dann war es das von mir. Wir hören uns dann morgen früh wahrscheinlich zu einem Update-Video wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay good.